Nicht gut, aber ehrlich. Hallo, wusstest du, dass ein Hack? Mäbel geht zum Hackszustand und Schiffstärke des Gegners anzeigen, wenn du dein Fadenhäuser direktest. Je höher der Level eines Gegners, der du gefährdetest, der sich nur einen Tokenchirm auf die Klinge auf den Schiffen. Willi, das musst du mir ausweisen. Achtung. Hier sind die ganze Kritik, weil wir könnt dich theoretisch teilen. Also könnt dich retten. Rettet mich mal. Mach mal, probi, Quatsch schon. Ui, hab mich schon alleine gemacht. Brauch dich mal, sorry. Aber hier liegt ein Medi hinter dir, red ich mal um. Ich hab schon Medi aufgesammelt. Medi können wir auch noch mehr. Wir können auch noch mehr gebrauchen. Ja, dann nimm du erstmal eins, ich hab nämlich was geguckt. Wir haben alle voll. Wir haben alle voll. Nimm die scheiß Dinger auf. Okay. Meine Fresse, sagt man dir schon das? Achso, ich hab noch nicht diese komischen Blumen. Es ist spätabend. Ja, hier Ausreden auch noch. Ja, klar. Ja, ich. Immer das gleiche mit dir. Man muss. Immer das gleiche. Wer kriegt's wieder ab? Alter. Okay. Ja. Das ist gelohnt. Geht doch. Mann. Wir haben einen Level 8. Der hat neuen Schwung erhalten. Hier ist schon wieder Medi für dich. Voll. Ich hab grad einen Fumpel von uns angeguckt. Das ist mein Problem. Okay, der ist heftig. Ich glaube, wir sollten erstmal alle anderen von rumkillen, bevor wir den fertig machen. Ah, ich hab gerade den Berser-Germodeon. Schön, dann hau drauf! Ja, was denkst du, was ich die ganze Zeit mag? Der ist nämlich offenlich über uns im Level. Kann ich mal jemand heilen? Ich dachte mir, wie? Nee, wenn du an mich rangehst und E drückst. Rann voll, hab ich gelegen. Ah, scheiße! Kann jemand E drücken? Mann, ey. Hier ist ein Schild. Feuerresistenz. Ich bin irgendwo im Medien rum. Nee, die hast du gerade alle aufgesammelt. Aber warum lade ich mich nicht auf? Ähm, Marco, kannst du mal auf, wer Wind sieht, die Quest bitte legen? Weil das ist die, die wir gerade machen. Nee, das war das andere? Das da genau. Klingentum. Weil da wird immer nicht die nächste angezeigt, wenn wir keine übersehen, sonst müssen wir den ganzen Scheiß nochmal laufen. Hm. So, sniper, die Mascheln alle weg. Geht nie, machst du wenig Schaden. Ich hab'n getroffen. Ich treffe mir auch, aber ich mach' halt keinen Schaden. Ja, das ist so'n Fail. Ich mach' 34 Schaden an den Fiedern. Ich treffe nicht. Wer ist das gleich tot? Ah, jetzt ist er tot. Nächster. Mit dem Lady Sniper mach' ich ganz schön Schaden. Mit dem Lady Finger, meinst du? Ja, wie auch immer. Gut. Da ist noch einer. Los, mach' mal mit hier. Kann ich's alleine machen. Kommt irgendwann noch runter, das wär' super. Ich bin doch oben, ich geb' dir Schützenhilfe. Und wenn's dann richtig ernst wird, komm' ich hoch. Wie wär's mit JETZT? Ich bin unterwegs. Wir können uns eh mal wieder alle gegenseitig heilen. Das kriegen wir schon hin. Gags wieder. Jaaah. Ach, du hast schon Munition und? Munition-Regination und Lebens-Regination. Skills-Matter. Jaa. Ich hab' auch jeden drin gesetzt. Ich werd' dann aber nicht hochziehen. Als erstes. Mann, 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 Mann. Ich hab' mal so'n Schaden von dem Ding zuerst hochgezogen. Ich brauch' die Pistole wieder nie. Ich bin hier der Rucksack, oder was? Sehr froh, da kriegst du mehr Gold. Jaaah. Ich hab' bloß noch 124 Energie, wär' mal nett, wenn ihr mal kurz eben habt. Ich hab' auch bloß 154. 124, ich hab' nur 123. Sei mal ganz ruhig. Aber ich renne die ganze Zeit immer vor. Nee, mach's dir eben nie. Haben wir grad' gesehen. Ich hab' grad' Bersager-Modus aktiviert. Nimmst du aber auch keinen Schaden. Daher sind wir ganz ruhig. Nimm' keinen Schaden? Aber wenig Schaden in dem Bersager-Modus. Warum steh' ich schon wieder in der Ecke? Ich hab' immer ruhig, dass in der Ecke läuft. Da ist es so. Meine Sniper River Money. Hier ist nur Schrot finden, Money. Ja, hier rechts um die Ecke gibt's eine schöne Waffenkiste. Ein bisschen versteckt. Ja, durch. Allerdings nur würde er einen fetten Skugg versiegen. Oh. Das ist doch gar nicht so fett. Der kommt noch mehr eigentlich. Ah. Der kommt nämlich noch in Folge. Ich glaube ganz am Ende kommt nämlich ein Knallhatter. Das hätt's jetzt mal mir lassen können. Sorry. Ich hab noch nie Folge gehabt. Ja so, ja schön, dass der jetzt voll hat und vielleicht nicht mehr. Nö. So. Also rennt einer euch allen vorbei. Ja, so sieht das aus. Denken wir uns aufnehmen. Die Zahlen werden nicht genug, wenn ich für den ganzen Tag wieder auf die Beine helfe. Wurde, ne. Ich brauche Raketenwerfer. Ach ne Raketenwerfer. Das ist deins Felix. Die Waffe kriegst du jetzt immer. Ey, ich kann das eh nie aufnehmen. War wahrscheinlich schon voll. Warte mal. Ich muss bloß mal schnell umlegen, wartet mal kurz. Mindestens Level 10 wollt ihr mich verarschen? Ja. Wir sind halt auch im Level 10 Gebiet gerade, was ich irgendwie merkwürdig finde. Wartet mal kurz. Aber wir haben auch keine andere. Nö. Deswegen bin ich gleich... Die NSD Sweater ist nämlich zum Beispiel besser als meine Ladyfinger. Die könnten wir hätten ja vielleicht mal machen können. Was? Das andere... Da kommen wir ganz am Ende hin. Okay. Seite fertig? Es ist relativ egal in welcher Reihen Folge man das macht. Wer läuft am... Wer steht denn hier rum? Alle wahrscheinlich. Ja, wir hätten ja das Geschütz nehmen können, also... Nächstes Level. Okay. 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 Mann, ey. Ich will ständig stärker. Ich will ständig stärker. Du darfst doch nur das Geld und so auch einsammeln. Geld? Ja, das Goldene. Was... Das Geld, was auf dem Boden fällt, ist immer Geld. Ja, ich weiß. Aber ich hab davon bis jetzt noch nicht viel gesehen. Ich mein's der bin, der dann im Berserker-Multi rumrennt. Ein Beklopter. Da hinten geht's auch noch lang. Gubi, du hast fast keine Lebensanergie mehr. Weil mir immer die... Die Lebensampulen geklaut werden. Du musst doch mal... Geh jetzt nie vor! Fett. So geht's natürlich auch. Zu gut geworfen von mir, würde ich behaupten. Ganz toll, Marco. Bei mir liegt Faustkampf echt zu weit weg. Das muss ich mir unbedingt umlegen. Marco, komm her. Du kannst einfach, wenn du im Berserker-Modus bist, einfach mit der linken Maustaste angreifen. Ja, ich kann mit allen Maustasten nicht spielen. Aber ich muss es mir eben mal schnell umlegen, wenn ihr mal kurz Zeit habt. Weil das ist sehr, sehr negativ, wenn ich zum Nahkampfschlag nicht wirklich komme. Ist auf Kubas gelegt? Nö. Die wollte ich auch nehmen. Aber ich hab Pistolen vorrecht. Schon vergessen? Ansonsten, den Rest könnt ihr aufteilen. Wenn das... Was ihr nie nehmt, würde ich dann gerne zu Geld machen. Weil ich hab sonst überhaupt kein Geld. Wer nimmt hier das ganze Geld immer auf? Geld kriegen wir eh alle. Das wird geteilt. Aber... Bei den anderen. So, jetzt können wir den anderen machen. Hier den Typen töten. Wisst ihr? Warum sind wir hier? Oder Typen? Ich hab das noch 111. Ich hab das noch 111 Leben. Ganz drittlich. Genau, das mein ich. Skar töten. Warum sind wir hier? Können wir nebenbei machen. Da liegen nämlich immer so oft Tonbandaufnahmen rum. Die muss man halt auch sammeln dazu. Snapper rifle Munition. Die bei mir langsam alle ist. Das war meine eigene Granate. Es tut mir ja leid. Heilt sich mal jemand? Äh, da? Jaja, macht schon. Die kann man... Die kann man sich heilen. Hier liegt nur einer Ampulle rum. Fanny hinter dem. Oh, da auch noch. Du darfst weiterkämpfen. Ja, Marco kann sich selbst retten. Haha.